Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem RimWorld Anfänger Video und heute werde ich euch ein paar Mods mit auf den Weg geben, die ihr als Anfänger auf jeden Fall installiert haben solltet, um das Spiel ein wenig einfacher und vor allem für euch übersichtlicher zu gestalten. Keine Sorge, in diesen Mods, sage ich mal, sind keine Superkräfte versteckt, eure Kolonisten werden nicht stärker oder was weiß ich, sondern die werden einfach ein wenig schlauer, was ihre Aktionen angeht und ihr werdet alles ein wenig besser überwachen können. Ihr müsst trotzdem noch mehr als genug tun und es verändert sich grundlegend im Spiel nicht so viel, bis auf ein paar Feinheiten und da werde ich jetzt mit euch drüber sprechen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt rein und ich zeige euch die Mods. Es wird allerdings keine Mods, wie gesagt, geben, die das Spiel großartig verändern, sondern das sind kleine Feinheiten, damit ihr als Anfänger das Spiel erstmal Vanilla kennenlernen könnt, so gut wie Vanilla mit den Mods halt und das Spiel nicht zu stark verändert wird. Falls ihr das wollt, dann seid ihr hier falsch, für alle anderen, weiter geht's. Der erste Mod, den ich euch vorstellen möchte, ist der CM Color Coded Mood Bar und zwar seht ihr dann auf einen Blick eure Kolonisten hier oben mit einem kleinen Viereck dahinter, welches gefüllt ist mit einer Farbe, die sich verändert. Hier zum Beispiel haben wir eine gräuliche Farbe, denn hier ist die Stimmung von Lilo Pan zum Beispiel ein wenig geringer als zum Beispiel von Prison oder Venus Flow oder Huntsman. Gehen wir zum Beispiel mal auf Huntsman und dann auf die Bedürfnisse sehen wir, der ist richtig glücklich und bei Lilo Pan ist es ein bisschen weniger und hier ebenfalls ein bisschen weniger, aber damit haben wir alles im Blick und wir müssen nicht immer erst auf den Kolonisten gehen, dann auf Bedürfnis, sondern wir sehen es einfach auf einen Blick und gerade als Anfänger ist es besonders wichtig, eine Übersicht zu haben, damit man sich immer um die Kolonisten kümmern kann, die gerade, sage ich mal, die es am dringendsten brauchen. Wenn zum Beispiel jemand irgendwie Kleidung hat und sich nicht wohlfühlt und kurz davor ist, irgendwie richtig sauer zu werden, dann werdet ihr es hier auf jeden Fall schnell sehen können. Ich habe mal eben kurz meine Kolonisten ein wenig zusammengeschlagen, um euch was zu demonstrieren und zwar gerade als Anfänger ist ein großes Problem, wenn wichtige Räume dreckig sind, denn dadurch entstehen Wundinfektionen und vor allem Lebensmittelvergiftungen und beides macht eure Kolonisten richtig unglücklich und teilweise sterben sie sogar daran. Und dieser Mod Common Sense regelt das bzw. sorgt dafür, dass ihr deutlich weniger Wundinfektionen und deutlich weniger Lebensmittelvergiftungen habt. Aber auch eure Kolonisten allgemein sind etwas glücklicher, denn wenn sie anfangen, zum Beispiel hier vorne am Hufeisenstab zu spielen, dann werden sie hier ein bisschen sauber machen und dann erst weiterspielen. Also, ich demonstriere das Ganze erstmal eben. Hier wird er gerade versorgt. So, hier wird er hingelegt und jetzt wird er mal eben versorgt. Ich mache hier mit der Behandlung, genau die Behandlung wird auch gerade hier vollzogen. Da schicke ich ihn mal eben hin. Übrigens bei Arbeiten, alle haben hier Reinigen auf 4, also keiner kommt auf die Idee, diesen Sauladen hier aufzuräumen bzw. zu putzen. Deswegen, hier wird jetzt erstmal behandelt und zack, wird dann sauber gemacht. Habt ihr gesehen, hat sich, bevor er sich hingelegt hat, hat er hier alles sauber gemacht und sich dann erst hier hingepackt. Und das Gleiche hätte er jetzt auch eher gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt mal kurz den hier nehme. Komm, hau den mal eben kurz auf die Fresse, bitte. Genau, tak, tak, tak. Warum haust du den nicht? So, jetzt ist hier alles schön dreckig. Und jetzt machen wir mal genau das gleiche Spielchen. Hier wird behandelt. Zack. Sehen wir jetzt auch hier. Da wird alles gerade behandelt. Und zack, wird alles sauber gemacht. So, das Gleiche auch beim Kochen. Und zwar mache ich hier mal eben kurz die Aufgabe an. Zack. Und sage dem Venus Floh, er soll jetzt einfach mal kochen. So, jetzt holt er sich eben seine Sachen hier hin. Und dann macht er schön sauber hier. Und dann erst kocht er. Und das ist die Magie von Common Sense. Und ja, ich würde sagen, das ist einer der besten Mods, die ihr euch downloaden könnt. Und ja, gleich mal weiter zum nächsten Mod. Ihr habt euch sicherlich schon mal dabei erwischt, wie ihr mit WASD über die Karte gescrollt seid und irgendwas gesucht habt, statt einfach oben auf einen Kolonisten zu klicken. Das mache ich übrigens auch ziemlich selten. Aber da gibt es eine sehr einfache Lösung. Und zwar, die Übersicht über die Karte ist eine wirklich wichtige Sache. Und auch die Übersicht darüber, wo die Kolonisten gerade sind und was diese machen. Mit der Dubs Mint Minimap könnt ihr das ganz einfach tun. Und viele andere Sachen, die ich euch jetzt zeigen werde. Und zwar kriegt ihr hier unten so ein kleines Eigen. Da drückt ihr drauf. Und dann habt ihr hier eine wunderbare Übersicht über Feinde, wie auch Freunde bzw. Kolonisten. Auch, sage ich mal, irgendwelche Wanderer etc. pp. werden hier angezeigt. Und ihr könnt auch oben rechts auf den Zahnrad ein wenig individualisieren, was wir hier angezeigt haben wollt etc. pp. Da könnt ihr auch die Farben anpassen und, und, und. Da werde ich jetzt nicht auf alles eingehen. Könnt ihr euch in Ruhe selber angucken. Ist wirklich toll. Und ansonsten kann man hier auch noch ein bisschen was markieren lassen. Zum Beispiel kann ich hier sagen Elefant. Und dann gehe ich oben drauf und sehe alle Elefanten auf der Karte. Zum Beispiel wusste ich gar nicht, dass hier unten einer ist. Nur so ein Beispiel. Damit könnt ihr ganz, ganz viel markieren. Ihr könnt auch sagen zum Beispiel, okay, ich möchte jetzt hier den Baum haben und den Baum markieren. Dann seht ihr überall, wo Bäume sind. Und so weiter und so fort. Eine tolle Funktion. Und da könnt ihr ja ein bisschen mit rumspielen. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, einfach die Karte hier festmachen. Zum Beispiel könnt ihr hier drauf gehen und dann sagen Anker. Und dann wird es hier gelockt. Also auch wenn ihr euch ein bisschen umguckt, werdet ihr immer hier das gleiche sehen. Und wenn sich dann da irgendwas bewegt, dann seht ihr, was genau da passiert. Statt zum Beispiel hier oben. Da seht ihr dann die Bewegung in der Base, obwohl ihr hier oben rechts seid. Also mit der Karte kann man auf jeden Fall sehr viel machen. Da könnt ihr ein bisschen rumexperimentieren. Für mich auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Für die Beschreibung von Smarter Construction möchte ich eigentlich hier einfach nur die Steam Page nehmen. Denn diese beschreibt es verdammt gut. Das seht ihr hier auch in dem Bild. Und zwar links ist Vanilla. Dort bauen sich ständig die Leute ein. Das ist ziemlich nervig. Und teilweise, wenn man zum Beispiel das Anfänger den vergisst, dann wird er ziemlich sauer und traurig und kriegt vielleicht einen Anfall. Etc. Auf der rechten Seite seht ihr die optimierte Version. Und dort passiert so ein Scheiß nicht. Und das ist auf jeden Fall ein Mod, den ich jedem Anfänger empfehle. Der, sage ich mal, nicht so die Übersicht über seine Kolonisten hat. Etc. Was zwar mit den Color-Coded Mood Bars ein bisschen besser wird. Allerdings kann sowas hier halt immer noch passieren. Und ist verdammt ärgerlich. Gerade, wenn man dann immer wieder irgendwas abbauen muss. Etc. Für Anfänger wie auch Fortgeschrittenen auf jeden Fall eine tolle Mod. Allgemein sind die Mods, die ich hier zeige, nicht nur für Anfänger interessant, sondern allgemein. Aber diese hier ist auf jeden Fall so ein Quality-of-Life-Ding und wird euch auf jeden Fall sehr viel Ärger ersparen. Der Mod, der meiner Meinung nach in keiner Mod-Liste fehlen darf, ist der Quality-Builder. Der Quality-Builder ist einfach ein richtig genialer Mod, der dafür sorgt, dass die Sachen, die mit einer Qualität gebaut werden, dass diese mit einer bestimmten Qualität auch dann fertiggestellt werden. Das heißt nicht, dass ihr damit cheaten könnt. Wenn ihr jetzt z.B. sagt, dass dieses Bett hier einen Wert von Exzellent haben soll, dann könnt ihr hier unten drauf gehen und dann hier eingeben, was es haben soll. Z.B. Übel, schlecht, normal und so weiter und so fort. Könnt ihr jetzt z.B. sagen Exzellent oder meisterlich. Das heißt aber nicht, dass wenn da jetzt einer rangeht und daran arbeitet, dass es gleich ein meisterliches oder legendäres Bett ist. Sondern es heißt, dass das Bett nur stehen gelassen wird und nicht so ein Abrisszeichen hat, wenn es eine gewisse Qualität hat. Das werde ich euch mal eben zeigen, indem ich hier einfach mal auf meisterlich stelle. Dann nehmen wir den Haere, sagen bearbeiten der Blaupause, schicken ihn los. Und zack, da seht ihr, dort ist ein Abrisszeichen. Weil das hier ist nur ein exzellentes Bett. Und das habe ich ja gesagt, will ich nicht, sondern ich möchte ja ein legendäres haben. Jetzt wird Haere automatisch das Ganze nochmal abreißen. Ich muss ihn ein bisschen hin und her schicken gerade. Und jetzt haben wir wieder den Bilderbefehl hier mit der gespeicherten Qualität. Das heißt, dieser Befehl wird erst aufgehoben, wenn wir eine gewisse Qualität erreicht haben. Zum Beispiel in dem Fall Exzellent. Das werden wir jetzt auch mal eben kurz machen. Also er wird jetzt nochmal kurz das Ganze hier fertig bauen. Ja, hopp, 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 Mädel. Und da haben wir ein exzellentes Bett. Und das Erabrissbefehl ist nicht mehr vorhanden. Denn die Qualität, die wir angegeben haben, ist erreicht worden. Das ist besonders wichtig, wenn ihr zum Beispiel in einen Operationsraum, einen Patientenraum, wie auch immer ihr das nennen wollt, wenn ihr dort Betten reinstellt, dann ist das besonders wichtig. Denn der Operationserfolg hängt davon ab, wie gut das Bett ist. Nicht nur, aber auch. Und zwar könnt ihr dafür einfach mal auf das I gehen und dann hier auf den Ausruheffizienz. Und dann seht ihr zum Beispiel hier, wodurch das beeinflusst wird. Und hier bei dem Operationsfaktor genau das Gleiche seht ihr hier, wodurch das Ganze hier beeinflusst wird. Und die Ausruheffizienz zum Beispiel ist auch richtig wichtig. Gerade am Anfang wollt ihr ja, dass eure Leute sich sehr schnell erholen und ordentlich, sagen wir mal, rankloppen können, um eure Kolonie aus dem Boden zu stampfen. Deswegen, Quality Builder darf auf jeden Fall nicht fehlen. Gerade wenn ihr später, im späteren Verlauf seid, dann wollt ihr nur noch exzellente Betten haben. Und dann sieht es vielleicht mal so wie bei mir aus, mit exzellent, 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 exzellent und so weiter und so fort. Und ja, Quality Builder, meiner Meinung nach ein richtig guter Mod, der in keiner Liste fehlen darf. Auch hier haben wir einen Mod, welcher sich eher durch die Steam Page erklären lässt. Und zwar sehen wir es hier schon am GIF. Der Kolonist wird verschiedene Sachen zusammen aufnehmen und dann im Lager aussortieren, beziehungsweise aus dem Inventar wieder entfernen. Das geht leider in der Vanilla-Version von RimWorld nicht. Allerdings haben die Kolonisten halt ein Inventar, was sie halt nicht wirklich nutzen. In diesem Mod, Pick Up and Howl, machen sie genau das. Sie fangen an, ihr Inventar richtig zu nutzen. Das heißt, sagt ihr zum Beispiel, sie sollen jetzt das Gewehr und das Essen transportieren, beziehungsweise wegbringen, dann werden sie das auch zusammen tun und werden es in das jeweilige Lager bringen, wenn es denn in der Nähe ist. Das heißt, egal, um was es sich handelt, sie werden die Sachen, wenn sie nah beieinander liegen, zusammen aufnehmen und dann in die jeweiligen Lager bringen. Das ist wirklich hilfreich. Spart euren Kolonisten eine Menge Arbeit und euch eine Menge Nerven. Nicht nur Anfänger, sondern auch Fortgeschrittene waren sicher schon einmal in der Situation, dass sie einen Kolonisten hatten, der fast perfekt war, aber der diese eine Sache hatte, die einem nicht gefallen hat. Deswegen gibt es EDB Prepare Carefully. Mit EDB Prepare Carefully könnt ihr eure Kolonisten anpassen. Allerdings, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn das Ganze kann auch ins Cheaten gehen. Das heißt, wenn ihr hier in Prepare Carefully geht, dann könnt ihr zum Beispiel auch hier einfach kochen, einfach auch dermaßen nach oben hauen, bis zum geht nicht mehr und flonschen auf 20 und so weiter und so fort. Und das ist natürlich doof. Wir wollen ja nicht cheaten, sondern wir wollen das Ganze einfach nur anpassen. Deswegen, hier müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Und da sieht man dann auch oben rechts sehr gut, wie viel man an Punkten ausgegeben hat. Also dort steht, wie viele Punkte am Anfang vorhanden waren. Das heißt, jetzt zum Beispiel habe ich zu viele Punkte. Das heißt, wenn ich hier ein paar rausnehme überall, dann bin ich wieder auf dem Wert, den ich ursprünglich hatte. Und wir können jetzt ein bisschen was verändern beim Equipment und bei den Charakteren, um diese Balance zu halten, aber gleichzeitig den Charakter so anzupassen, wie wir ihn haben wollen. Hier sollten wir auf jeden Fall oben auf die Punkte aufpassen, damit wir nicht cheaten. Wenn wir uns aber daran halten, sage ich mal, dann ist es kein Cheaten, sondern wir haben irgendwo einen Verlust und irgendwo einen Gewinn. Und wir können selber gestalten, wo dieser Verlust und dieser Gewinn halt ist. Das ist für mich dann fair. Ich persönlich benutze das nicht mehr so häufig, denn ich habe, beziehungsweise ich benutze es nicht mehr so, dass ich hier rumstelle, sondern ich habe sogenannte Presets. Hier kann ich einfach etwas laden. Zum Beispiel, das hier ist ein ganz alter Preset von mir. Und da seht ihr auch oben Points Band. Da bin ich genau bei 10.600. Und die habe ich dann schön verteilt hier. Ich habe ein schönes Allrounder-Team. Und beim Equipment habe ich ebenfalls ein bisschen was verändert. Und ja, das könnt ihr ebenfalls tun. Und so könnt ihr mit EDB Prepare Carefully eure eigenen Kolonisten machen und vor allem auch trotzdem dabei nicht ins Cheaten abdriften. Und ja, ich wünsche euch damit auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich hoffe mal, diese Mod-Zusammenstellung hat euch gefallen. Falls ja, dann Däumchen nicht vergessen. Ich habe sicherlich den einen oder anderen Mod vergessen, der trotzdem, sage ich mal, gut wäre für Anfänger. Und falls ihr, sage ich mal, euch denkt, hey, der hat irgendwie den und den Mod nicht erwähnt, dann ab in die Kommentare, schlagt den Mod vor, am besten noch mit Link. Und dann könnt ihr, sage ich mal, den Anfängern damit auch, ja, ganz gut helfen. Und vielleicht machen wir irgendwann auch nochmal ein Follow-Up-Video. Beziehungsweise werde ich dann ein Follow-Up-Video machen und eure Mods dann mit einbinden. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass ich einigen Anfängern mit diesem Video helfen konnte. Bis zum nächsten Mal, ich wünsche euch was und tschülü.